So, es geht weiter. Wo gehen wir jetzt hin? Nach B oder nach I? Diese Schwarz-Weiß-Punkte, da sind so Kräuter, die man einsammeln kann und verkaufen kann. Die kann man halt fast überall einsammeln, das wird dann immer so markiert, so schwarz-weiß. Ich gehe mal nach I, Bauern-Puma. Haha, du kommst mir nicht davon. Ja, die Wolken scheinen bedeckt zu sein. Ich glaube, es wird gleich regnen. Wie es aussieht schon. Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Untertitelung des ZDF, 2020 Irrisch. Entfernt. Wer sind Sie? Wer willst du? Ich sehe dich. Geh weg von mir! Hier. Wo ist die Maschine, Irrisch? Oh, Herr Marston. Ich habe einen gefunden. Wir haben einen, Irrisch. Wir sind zusammen. Du, ich, und ein Verwalt auf Fort Mercer. Ich bin derjenige, der dich von dir getötet hat, und wer du dein Leben verdienst. Nicht wirklich. Es passiert immer mit mir. Du willst es wieder passieren, Irrisch? Nein, Freund. Ich möchte dir ein Bier. Ich möchte dir, wie viel du mir bedeutet. Wie speziell du ist. Ich möchte dir, dass, wenn du nicht eine Gatlinge in der Stunde produzierst, wirst du dich getötet hat. Es ist der Whisky, Sir. Hehehe. Es gibt mir die Erinnerung von einem Neuborben, wie es sein kann. Ja, der trinkt sich jetzt auch eine. Und es macht mich violently angreif. Schauen wir uns an diese Gatle, Sir? Ja. Ja. Äh. Viele haben gefragt, reite mal betrunken, aber ich glaube, das geht nicht. Hehehe. Komm, drehe. Komm, drehe. Ja. 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 Die Miner sind blabberen über eine Maschine-Gun, die sie gefunden haben. Wahrscheinlich haben sie es in Gaptooth Breach getötetet. Was wollen die Miner mit einer Maschine-Gun? Schauen sie es an jemandem, ich glaube. Oder es verkaufen sie. Ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Miner in all meine Leben. Sieht sehr fischig für mich, Irish. Ich habe es gerade mit Ihnen und Ihren Spiel. Sie und Wes Dickens sind so kröken, Sie können die Nähne und spüren aus Korkscrew. Vielleicht ist es, wenn Sie mit den Bögen sind, Sie sind besser geholfen, um Sie zu helfen. Ich habe dein Leben geholfen, und du hast mich bezahlt, um mich zu verliehen, um mich zu verliehen. Nicht gut, Johnny. Wir sollten uns um die Gaptooth gehen, damit die Miner nicht uns kommen sehen. Ich weiß noch nicht, was die Miner mit einer Maschine-Gun. Miner sind immer schweifige Basterde. Spend zu lange ohne Dauern und Duxes, und es beginnt mit deinem Gehirn zu spielen. Ich habe nie so viel Schade aus einem Mund gehört. Ich habe nur gesagt, was ich gehört habe. Oh, und wir brauchen einen Wagen oder etwas, um es rauszukommen. Das Schade ist schwerer als Sinn. So, was ich supposed to move it by myself last time? You two-faced little bastard. Whoa! Here we are. Let's stop here a moment to get a lie of the land. The entrance is plain to see, and there's a shaft, them bastards, used to haul out heavy arms. We, I mean you, can use that lift to get you and the gun to the surface. I do it all myself, but the mines play havoc with my sinuses. Jaa, komm, alter, der nervt langsam. Immer muss ich alles alleine machen. Er zieht sich immer zurück. Der dreckige Penner, ey. Jaa, komm. Zack, 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 zack. Noch landscapes. Bam, 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 bam! Das fest. Ist wieder böse! Zack! Das ist tot Der nächste Oh, ho, ho, sieh zu. Ah, die kommt. Was ist der Mino raus? Scheiße. Die kommen schon. Detailfunktion und... Markieren, markieren. Noch einer? Ja, ja, ja. Da ist noch einer. Verdammt. Und... Komm, schnapp ihn dir! Boah! Letten wissen. Ab in die Mine. Mal die Waffe wechseln, lieber. Schroff hinter. Boah! 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 Du, du sollst. Du sollst. Ich bin eine Waffe. Das sind die Waffe.